Also Teams Admin Center, einfach mal reinschauen, weil da werden natürlich auch alle Einstellungen getätigt. Nicht alle, aber 90%. Was ich euch noch mitbringen will, ist, wir haben hier die Teams Administrator App. Vielleicht kennt ihr ein oder andere die noch gar nicht. Wenn ihr Einstellungen machen wollt, um eure Governance dann auch zu verbessern, ihr seht was in einem Report und wollt ihr das einfach schnell umsetzen, dann empfehle ich euch einfach die Administrator App im Teams App Store runterzuladen. Die ist von Microsoft, die geht auch auf dem Mobile Phone und die könnt ihr kostenfrei bei euch installieren. Aber wichtig, ihr müsst halt Admin sein, um hier auch tätig zu werden. So, Fragen sind natürlich gerne willkommen. Ihr könnt im Q&A-Bereich jederzeit Fragen stellen. Gehe ich am Ende darauf ein, hier jetzt, wenn ich eine sehe und die passt gerade rein, dann versuche ich sie zu beantworten, aber gerne am Ende. Oder kommt gerne auch auf die Bühne am Ende und fragt einfach eure Frage direkt ganz persönlich. Ich habe den Vortrag jetzt letzte Woche für euch ganz brandneu vorbereitet. Und was mir aufgefallen ist, haha, es gibt ein neues Teams Admin Center. Das hat jetzt nichts mit Governance zu tun, aber richtig cool. Also, es gibt jetzt auch ein paar neue Funktionen, aber das Look & Feel hat sich verändert. Also, schaut mal rein. Das ist richtig, richtig neu. Ich war auch ganz überrascht. Und eine Sache, die da auch neu für mich dazugekommen sind, sind zum Beispiel die Regeln. Auch ein paar Reports, aber ich will jetzt nicht vorgreifen. Aber schaut mal rein, ihr werdet überrascht sein. Es gibt jetzt ein neues Teams Admin Center, war lange angekündigt. Bei mir ist es schon da. Ob es jetzt bei euch schon da ist, weiß ich noch nicht. Aber wir sind auch immer in der ganz normalen Release Zyklus. Ihr seht schon hier, das ist mal unser Produktiv Tenant. Da gibt es jetzt nichts zu verstecken. Ich habe da einfach mal ein paar Zahlen rausgenommen, sodass ihr bei den Reports auch was seht. Also, Teams Admin Center, einfach mal reinschauen, weil da werden natürlich auch alle Einstellungen getätigt. Nicht alle, aber 90%. Was ich euch noch mitbringen will, ist, wir haben hier die Teams Administrator App. Vielleicht kennt ihr ein oder andere die noch gar nicht. Wenn ihr Einstellungen machen wollt, um eure Governance dann auch zu verbessern, ihr seht was in einem Report und wollt ihr das einfach schnell umsetzen, dann empfehle ich euch einfach, die Administrator App im Teams App Store runterzuladen. Die ist von Microsoft, die geht auch auf dem Mobile Phone und die könnt ihr kostenfrei bei euch installieren. Aber wichtig, ihr müsst halt Admin sein, um hier auch tätig zu werden. Also, viele Dinge, die ich jetzt zeige, da sollte man Teams Admin Rechte haben, sonst habt ihr da einfach keinen Zugriff. Also, das ist auf jeden Fall Fakt. So, was bringe ich euch noch mit? Wahrscheinlich der ein oder andere wird schon wissen, dass einige Sachen jetzt schon länger dabei sind, aber ich wollte einfach mal so ein Roundup machen jetzt über ein Jahr und ich denke, es sind schon auch einige Sachen mit dabei, die ihr noch nicht kennt. Was wir hier zum Beispiel haben, ist jetzt unser Teams Manager und ihr seht jetzt, dass ihr zum Thema Verwaltung und Überblick, ja, und auch die Kontrolle nicht verlieren, dass ihr auch die Pläne und die Lizenzen der Third-Party-Apps, wie zum Beispiel vom Teams Manager, bei Microsoft kaufen könnt. Ihr seht da auch diesen Kaufen-Knopf. Das heißt, wir können jetzt unsere Pläne als Hersteller eben einstellen bei Microsoft, je nachdem, ja, 4.000 User, 1.000 User, Enterprise, Standardvariante und ihr könnt jetzt über Microsoft das Ganze lizenzieren. Die Rechnung kommt über eure M365-Rechnung und ihr habt das alles im Griff. Ja, ihr habt keine unterschiedlichen, ja, AGBs mehr. Das läuft alles nach Microsoft-Standard, aber es ist von Microsoft geprüft, es ist vom App Store geprüft. Das heißt, eine geprüfte App von einem geprüften Hersteller im Teams App Store über die Abwicklung über Microsoft. Also, ich finde, das ist zum Thema Teams App Governance schon ein sehr, sehr großer Schritt, weil man nicht irgendwas kauft, ja, und wenn es nicht funktioniert zum Beispiel, dass das Geld nicht zurückbekommt. Also, hier ist zum Thema Governance ein großer Schritt gegangen worden und natürlich, ihr habt jetzt auch die Teams App Verwaltung auch in dem Teams Client. Das zeige ich euch jetzt gleich nochmal. Bevor wir aber da hingehen, wir als Solutions to Share mit dem Teams Manager haben die M365-Zertifizierung, das ist eben eine Zertifizierung, die sich an den Standard ISO 27001 oder an SOC 2 anlehnt, noch nicht. Wir arbeiten da mit Hochdruck dran, aber ein Partnerunternehmen aus Hamburg, die Context AI, die hat diesen Standard schon erfüllt, dieses M365-Zertifikat und ihr seht hier bei dem Screenshot, dass ihr sozusagen die Compliance, die Datenschutzrichtlinie und die Sicherheit direkt von Microsoft geprüft angezeigt bekommt und die im Teams Admin Center einsehen könnt. Das gibt euch natürlich jetzt hier nochmal mehr Sicherheit. Ja, wo fließen meine Daten hin? Bin ich da sicher? Streut das Ganze? Also, hier könnt ihr im Teams Admin Center die App kaufen, die App vom Zertifizierungslevel einsehen. Also, das ist zum Thema Teams App Governance sozusagen Next Level. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, geht in euren Teams Admin Center, geht auf Teams Apps, Teams Apps verwalten und dann einfach in die App reinklicken. Ihr seht schon, haben wir da keine Zertifizierung oder Publisher Attestation oder M365-Zertifizierung. Und ich sage euch, wir arbeiten da gerade dran und das ist wirklich sehr mühevoll und bei Microsoft, die geben da richtig ins Detail in der Prüfung, das ist kein, ja, füllt man hier das Formular A38 aus und das läuft dann automatisch. Das ist wirklich ein halbjährlicher Prozess und der muss jedes Jahr auch erneuert werden. Also, hier kriegt ihr auf jeden Fall sehr, sehr gute Qualität, auch was Datenschutz und Compliance angeht. Das wollte ich euch einfach nur mal mitteilen, dass ihr auch einfach ein Gefühl bekommt, was der für den Hersteller für einen Aufwand ist und dass das auch nicht irgendwie nur ein Stempel ist, sondern da steckt wirklich Arbeit dahinter und wirklich Knowledge, dass das auch alles gut läuft. Und zu einer, sage ich mal, vernünftig laufenden Teams-Umgebung gehört auch immer dazu, dass die Third-Party-Apps dann auch gut laufen und dass da jetzt kein Data-Leak oder sowas entsteht. So, als nächstes habe ich euch mitgebracht und zwar haben wir die Verwendungsberichte. Ich habe das jetzt alles mal auf Deutsch abfotografiert, weil wir ja auf einer deutschen Summit sind, aber ihr habt es sicher auch auf Englisch bei euch eingestellt. Aber was ich sagen will, ist, ihr kennt ja die normalen Berichte, die man im Teams-Admin-Center einsehen kann. Erstens, diese Auswahl über die 180 Tage ist schon länger drin, aber noch nicht so lange. Da gingen immer nur 90. Und was man hier gut sehen kann, ist, dass man auch Trends erkennen kann. Und was ich euch am nächsten Screenshot zeigen will, das hier ist zum Beispiel die Teams, die Nutzung von Third-Party-Apps und Microsoft-Apps. Das ist ziemlich cool, weil ihr sehen könnt, werden diese Apps, die ich eben installiert habe, auch wirklich benutzt. Und wenn die nicht benutzt sind, schmeißt sie raus. Ihr könnt es ja wieder nachinstallieren. Aber passt auf, wo, was mit den Daten passiert und so. Oft sind die Tenants so eingestellt, ja, ich darf alles installieren. Da muss man ein bisschen aufpassen, ja. Also ihr müsst schauen, was wird benutzt, Mindmap, wo liegen die Daten. Zum Beispiel Mindmeister-App liegen jetzt die Daten bei Mindmeister, liegen die in der Dokumentenbibliothek. Also alles nicht so einfach. Ich will euch sensibilisieren. Schaut auch bei der Teams-App-Benutzung ganz genau hin, weil sonst habt ihr da, okay, jetzt sagt ihr, okay, den Teams-Wildwuchs habe ich begrenzt. Okay, ich bin fertig. Nee, seid ihr nicht. Jetzt das nächste Thema ist es, Teams-App-Wildwuchs zu begrenzen oder halt einfach zu steuern. Ich sage euch auch gleich, alles abschalten ist nicht der Weg. Ja, das sage ich jetzt natürlich auch aus Eigennutz, weil unsere Apps im Teams-App Store vorhanden sind. Aber eure Nutzer wollen das benutzen, ja. Also die wissen ja, die reden auch mit ihren Bekannten. Ah ja, wir haben Teams-Apps. Habt ihr das nicht? Ja, und dann ist natürlich das Geschrei groß, weil alles abgestellt ist, wieder Bevormundung. Aber also hier Teams-Apps-Governance ist das nächste Thema, das ich vielleicht auch auf der nächsten Summit dann referieren werde. So, was ich euch noch dazu zeigen möchte, ist, dass hier jetzt bei den Berichten immer mehr dazu kommt. Ihr seht schon, der Screenshot, da haben die ganzen Dropdowns gar nicht mehr draufgepasst. Ihr könnt die Teams-Nutzung, die Benutzeraktivität, alles tracken. Und ganz wichtig, das Ganze ist auch anonymisiert. Ihr könnt eben nicht auf Benutzer-Ebene das Ganze nachverfolgen. Das ist auch ganz, ganz wichtig, das zu erwähnen. Ihr seht, okay, es gibt Leute, die chatten viel, es gibt Leute, die chatten wenig. Ihr seht, okay, es gibt viele Channels, es gibt viele Private Channels. Aber es ist anonymisiert und damit in der EU zulässig. So, was haben wir noch? Wenn ihr jetzt auch nicht im Teams-Admin-Center geht, sondern in das Office 365-Admin-Center. Also erstmal, ihr geht in portal.office.com, dann drückt ihr aufs Admin-Center, oben beim Burger-Menü. Und dann habt ihr hier jetzt auch Akzeptanzberichte. Und hier habt ihr auch die Verwendung jetzt zum Beispiel von Microsoft Teams wiederum an einer anderen Stelle. Das Ganze aber noch detaillierter. Und wie wir vorhin in der ersten Folie oder einer der ersten Folien schon gelernt haben, besteht die Teams-Governance ja auch nicht nur aus der Implementierung, sondern der sechste Punkt, dieses Monitoring und Anpassen. Das ist zum Beispiel ein Thema, das jetzt ganz viele von meinen Kunden einfach betrifft. Die wollen wissen, wo stehe ich, wo will ich hin, haben meinen Maßnahmen geholfen. Und klar, man kann jetzt ein Third-Party-Tool wiederum kaufen, zum Beispiel Admin-Droid, Syskit. Also es gibt ja x verschiedene Tools oder man schaut erstmal, was man jetzt Standard machen kann. Und wenn das genügt, ist okay. Wenn nicht, würde ich auch natürlich ein Third-Party-Tool dann nochmal lizenzieren. So, eine Sache, was zum Thema Reporting eben angeht, ist der Verwendungsbericht. Und hier haben wir zum Beispiel Benutzeraktivität, wir haben Teams-Nutzung drin und die Geräteverwaltung. Und das ist komplett völlig frei, aber das ist nicht im Teams-Admin-Center. Vorsicht, das ist im M365-Admin-Center. Da findet ihr aber auch ganz schnell hin. Und naja, ist eine kostenfreie Ergänzung. Wieso nicht benutzen? Ja, also ich finde das toll, dass da immer mehr dazukommt. Genauso die Einführungsbewertung. Ich weiß, es ist keine Governance, sondern es ist eine Adoption. Aber natürlich könnt ihr hier aus diesem Bericht, jeder Bericht ist besser als kein Bericht. Also warum keinen kostenfreien Bericht verwenden, der euch erzählt, okay, hier kann ich noch verbessern, da kann ich noch verbessern. Und ich sage ja auch immer, schön, dass du bis hierher geschaut hast. Wenn du das Video weiterschauen möchtest, dann melde dich einfach auf unserer Lernplattform M365 Circle an. In der Videobeschreibung findest du den Link, wie du da hinkommst. Und du kannst dir natürlich auch für eine unserer weiteren Summits, M365 Summits, ein Ticket holen, kostenfrei. Oder du unterstützt uns mit einem Supporter-Ticket. Also, klick auf den Link in der Beschreibung und schau dir das vollständige Video an. Wenn du uns weiter noch unterstützen möchtest, dann kannst du auch unseren YouTube-Channel abonnieren und am besten noch die Glocke aktivieren. Und vielen Dank, dass du bei der nächsten Summit auch mit dabei bist.